wobei wir machen einfach hier eine fackel drauf dann hat sich das da auch geklärt und das machen wir jetzt gleich mal weg das auch ja am ende wird da wahrscheinlich auch irgendeine art mauer um das dorf hier rum kommen niemand hat die absicht eine mauer zu errichten wisst ihr ja vor allem ich nicht den antizombiösen schutzwall den ich da baue ich baue den antizombiösen schutzwall eindeutig so dann nein die wollten nicht setzen sondern mal so und machen hier noch ein bisschen mehr licht hin machen wir da noch licht hin machen wir da hallo also ich habe keine fackeln mehr das ist natürlich doof haben wir überhaupt noch ausreichend kohle für eine ladung fackeln wenn nicht wäre es schon etwas doof haben wir noch fackeln im inventor nein aber nicht so wir gucken jetzt gerade mal nach wie das ding mit mit fackeln hier aussieht ja kohle haben wir noch das ist gut so hier einmal fackeln und dann also ich glaube wir müssen das nächste mal wieder ein bisschen kohle besorgen hier sollte eigentlich ein bisschen kohle besorgen und dann kommt der mir gerade mal in den ofen so das packen wir mal in die offhand ja beleuchtung da kümmern wir uns später auch noch drum es geht jetzt nur darum dass ein bisschen licht im dorf ist das er nicht einfach irgendwelches viechzeug spawnen kann so haben wir hier noch irgendwelche ecken wo eventuell noch viechzeug spawnen kann ja zum beispiel an den feldern könnte ein bisschen licht nicht schaden ja ok hier unten ist noch ein bisschen dunkel wo kann denn der wahl noch viechzeug spawnen da hinten sollte man vielleicht auch noch ein bisschen licht machen gut auf den dächern kann zum teil auch spawnen unser dach scharf ist weg ok hier mal ein zombie hier 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 Ha! Gehen wir mal gerade wieder rüber und hier befackeln wir die Ecke auch mal noch ein bisschen, weil die ist noch leicht. Ja dann fress halt was. Machen wir hier mal noch ein bisschen Licht, weil das ist noch zum Teil noch etwas arg dunkel. Das wird jetzt zwar dann später alles noch anderweitig ausgebaut, aber ein bisschen Licht kann da auch nicht schaden. Den Creeper, den wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. So. Wie viele Pfeile haben wir? Wir haben sogar eine Goldhose. Der spannende Kampf. Ich glaube, da gehe ich doch lieber weg, weil den Creeper, den will ich jetzt nicht unbedingt einladen. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen, ich grenze Creeper und sowas gerne aus, aber das ist jetzt nicht unbedingt die Gesellschaft, mit der ich mich betätigen will. Ja, mit dem Zaun und so müssen wir nochmal gucken. Aber ich würde jetzt eigentlich gerne mal so eine ganz, so ein paar ganz simple Hütten bauen. Ähm. Also eins. Zwei. So. Das sind auch nur wirklich nur temporäre Hütten, äh, um halt wirklich ein paar... Moment mal... So eins, zwei, drei, vier, fünf... Eins, zwei, drei, vier, fünf... Gut. Und wer es bei Craft & Tech, bei Spark geschaut hat, dem werden diese Hütten hier bekannt vorkommen. Sicherlich der ein oder andere Zuschauer, dem das dann aus Craft & Tech bekannt vorkommt. Der Spark hat nämlich genau solche Hütten auch gebaut. Und ich, äh... Die Decke... Ich mache die Dinger jetzt einfach halt aus Cobblestone, weil es schneller geht. Ich brauche hier eine mobile Werkbank, dann eine... So. Und dann... Würde ich halt gerne wirklich so einmal... Dann Ladung Slabs oder sowas oben drauf setzen. 36 Slabs ist eigentlich erstmal okay. So. Und wenn wir nicht hier schon mal dabei sind, wir klatschen hier einfach mal... Der einsame Creeper zieht in den Sonnenuntergang. Haaa... Haaa... Also, Infinity Bow, das wäre eine Sache, die ich... Mal mega geil fände. Haaa... Ähm... Moment mal. Wir müssen erstmal das Inventar entrümpeln. Was haben wir hier alles drin, was wir jetzt gerade nicht brauchen? Slime Balls können wir rausschmeißen. Das können wir auch mal rausschmeißen. Das können wir auch. Dann brauchen wir vielleicht später noch. Cobblestone haben wir natürlich gerade einen zu viel. Äh... Mann, 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 Mann. Und ein Weizen im Inventar. Ist natürlich auch geil. Und nur ein Pfeil noch. Das ist definitiv so eine Sache, die ich nicht so geil finde. Ja? Ähm... Und dann... Das ist doch klar. Und... Ja? Ja? So, jetzt sieht es wieder fast aus wie neu. Okay, den tun wir mal auf die 6. Ich habe das jetzt nicht genau gezielt gehabt, aber es hat genau gepasst. So, ähm. So. So, und wenn wir jetzt hier, wenn ich da hier nichts falsch gemacht habe und ich gleich hier die Türen einbaue, sollten sich da direkt einige Villager herstellen, also spawnen. Ähm. Oben drauf sollte ich natürlich auch noch gut ausleuchten. Also für das Fackeln brauchst du jetzt da auch nicht. Innen drin sollte man natürlich auch noch ein paar Fackeln anbringen, dass hier innen drin nix spawnt. So, und jetzt kraften wir mal ein paar Türen. Ja, weil ich habe ja eigentlich ein Crafting-Gingens dabei. Wir holen uns einfach mal ein bisschen Holz. Äh, 15 Türen, äh, nügt es lang nicht. Wir brauchen noch ein paar Türen mehr. Äh. Ne, aber 21 Türen, das sollte eigentlich reichen. Ähm. So, und jetzt einmal. Also, dass wir den. Das wollte ich nicht. Das müssen wir zum Beispiel abbauen. So, ähm. 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 ja okay die mechanik muss man jetzt nicht unbedingt verstehen aber wenn ich wenn das inventar voll ist kaputt ich hoffe ich habe da innerhalb des dorfradiuses gebaut ich hoffe dass es innerhalb des dorfradiuses das ist das was wir endlich da drücke mit maßleisch mode 1 fertig ich weiß nicht ob das was genau ja da müsste sich village jetzt eigentlich paaren aber da kann ich ja theoretisch auch nachhelfen ähm was ich übrigens auch mal geil finde was vielleicht mehr implementieren könnte in minecraft hier in ja hier im let's play und so dass du das nicht jedes mal abschlagen muss um es zu ernten sondern dass einfach ein klick ich glaube mit rechts klick drauf dass das dann automatisch geerntet wird und dann direkt mit neu gepflanzt wird mal gucken ob man das irgendwie implementieren kann weil zum beispiel bei live in the woods gibt das ist aber gut das ist ein modpack aber egal öch gott kinder im 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 Okay, reicht aus. Nehme einfach mal sämtliche Grotten mit.